In diesem Video geht es um die besten Inliner. Der Qualitätssieger in unserem Inliner-Test geht an den Bauer Skate RS. Der Bauer RS Inline Hockey Skate Senior R ist eine gute Wahl für alle, vom Freizeitskater bis hin zum Einsteiger. Bauer baute den RS Skate, ist ein reiner Freizeitschuh, um den Skating-Schritt richtig zu erlernen, ohne Kompromisse bei Komfort oder einzugehen. Bei Dauerbetrieb müssen Sie einen hochwertigeren Schuh verwenden. Die einzigartige Konstruktion des Schuhs bietet einen der besten Knöchelstützen zu diesem Preis, während die dicken inneren Schaumstoffe für ein bequemes Gefühl sorgen. Schließlich benutzte Bauer harte Outdoor-Rollen, damit man auf rauen Außenflächen wie Asphalt und Beton laufen kann. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der K2 Mali. Der Mali kann um fünf Größen verstellt werden. Somit wächst der Skate mit den Füßen ihres Kindes. Der K2 Softboot bietet eine sehr gute Passform und eine gute Stabilität, damit sich die Kinder wohlfühlen. Ein sicheres Gefühl während der Fahrt geben die Rollen mit einem Durchmesser von 70 mm. Verschließbar ist der Inline Skate mit einer traditionellen Schnürung, einer Ratsche und einem Klettverschluss. K2 hat die Inlineskate-Branche 1994 durch die Einführung der ersten Softboot-Inlineskates revolutioniert. Über 25 Jahre später und mittlerweile weiterentwickelt zu einer kompletten Modellreihe mit Inlineskates für Damen, Herren und Kinder für alle Zwecke vom Familienspaß bis hin zu täglicher Fitness und professionellen Wettkämpfen, ist das Softboot-Design auch heute noch das Fundament der Produktreihe von K2 Skates. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Inliner-Test ist der K2 Junior Girl. Der Inlineskate kann um fünf Größen verstellt werden, der K2 Softboot bietet eine sehr gute Passform und eine gute Stabilität, die Rollen mit einem Durchmesser von 70 mm. Ein sicheres Gefühl während der Fahrt verschließbar ist der Inlineskate mit einer traditionellen Schnürung, einer Ratsche und einem Klettverschluss. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.